Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen FAQ zu der ganzen Quarantäne-Sache. Ein paar von uns hat es ja schon erwischt, die sind in Quarantäne. Ich weiß nicht, ob sie selbst erkrankt sind oder ob jemand bei ihnen im Betrieb irgendwie was hatte und sie deswegen, ne. Da hab ich auch nicht weiter gefragt. Nur kamen diesbezüglich einige Fragen dann auf mich zu, die ich jetzt einfach in einem Video beantworten werde, um die ganze Sache dann vor allem die nächsten paar Wochen nicht ständig immer und immer wieder im Livestream erklären zu müssen oder sagen zu müssen. Ich hab eure ganzen Fragen zusammengefasst und in ein Textdokument gepackt, wobei viele natürlich das gleiche gefragt haben, deswegen sind es insgesamt gar nicht so viele und jetzt geh ich einfach kurz jeder Einzelne durch. Erstens, kennst du jemanden, der erkrankt ist? Ich kenne niemanden, also ich weiß, dass bei uns in der Region auf jeden Fall schon welche erkrankt sind, aber ich kenne niemanden persönlich, der an der ganzen Sache erkrankt ist. Was ich aber mitbekommen hab, ist, dass die ganze Sache bei denen, die erkrankt sind in unserem Gebiet, dass das die gemütlicheren Gänge oder Verläufe der Krankheit sind oder das Virus es sind. Also die sind jetzt nicht irgendwie an Lungenmaschinen oder sonst was angeschlossen, sondern haben einfach nur ein bisschen Schnupfen. Ist jemand in deiner Stadt erkrankt, ist dasselbe. Jetzt hab ich's doch doppelt aufgeschrieben. Hast du Angst vor der Pandemie? Ich würde sagen, da hab ich direkt vor der Krankheit an sich keine Angst, also dass ich jetzt irgendwie davon sterbe oder daran sterbe. Ich hab mehr Bedenken, was es halt auslöst, die Panik und was die ganze Wirtschaft angeht und so weiter und so fort. Das macht mir schon so Gedanken natürlich. Aber ich hab jetzt nicht Angst, dass ich irgendwie krank werd und sterbe oder sowas. Ich glaub, die Chance ist sehr, sehr gering. Ja, man sollte sich, und ich finde das das Wichtigste, einfach nicht wahnsinnig machen. Die Panik ist die schlimmere Sache an der ganzen Geschichte. Leute in Panik, und vor allem, wenn es viele sind, also je mehr es werden, desto schlimmer wird die Panik, das kann sehr grenzwertig werden. Davor hab ich so ein bisschen Bedenken. Und deswegen kann ich auch wirklich nur jedem sagen, bleibt einfach cool. Bleibt so cool es eben geht. Und macht euren Tagesablauf so, wie es halt für euch am besten ist. Also ich sag mal, die meisten sollten ja eh zu Hause bleiben. Und wenn ihr jetzt nicht gerade irgendeinen kritischen Beruf habt und so weiter, dann chillt zu Hause. Klar, ich verstehe, wenn man selbstständig ist und nicht von zu Hause aus eigentlich arbeiten kann, dann ist das halt echt Kacke, weil man Geld verliert. Man verliert vielleicht auch Kunden. Nicht, weil sie krank werden. Einfach nur, weil man sich nicht um sie kümmern kann. Das sind schon alles blöde Sachen. Aber einfach schon so als Tipp, obwohl es später eh noch gefragt wird, was ich euch rate. Chillt. So gut es geht. Wirst du auch mit Erkrankungen weitermachen? Also wenn ich das selbst bekommen sollte, dann werde ich so wie mit einer normalen Erkrankung auch einfach weitermachen. Also ich arbeite eh von zu Hause aus, von daher ist das für mich kein Problem. Außer es wäre schlimm. Also außer ich würde wirklich ins Krankenhaus müssen, dann könnte ich halt nicht wirklich weiterarbeiten. Aber natürlich werde ich so wie auch mit der Grippe und so einfach weiterarbeiten. Das mache ich ja. Standard mir ist ich ja auch. Also die Streams und die Videos kommen ja trotzdem. Also ja, ich würde auch mit Erkrankungen weitermachen, wenn es mir möglich ist. Hast du vorgesorgt mit Essen, Energie, Wasser und so weiter? Ja, das habe ich. Also ich habe euch ja im Stream jetzt schon ein paar Mal erzählt, weil die Frage eben dann schon ein paar Mal kam, dass mein Vater schon immer so drauf ist, schon seit seiner Jugend, dass er halt immer irgendwo so ein bisschen was sammelt. Man geht einkaufen und dann nimmt er eine Dose extra mit und macht die bei sich unten in die Sammlung, beziehungsweise halt in seinen Vorratskeller. Ich habe damit vor, ich glaube, drei Jahren angefangen, weil ich mich viel mit Preppen und sowas beschäftigt habe und das halt sehr interessant fand, dass man einfach, falls irgendwas passiert, egal was es ist, Virus, Sonneneruption oder sonst was, Gewitter, dass man einfach gewappnet ist und zumindest ein paar Tage überleben kann. So schreibt es ja auch, glaube ich, oder so schreiben es auch, glaube ich, die Länder vor, beziehungsweise nicht, sie empfehlen es einem, dass man, ich weiß den Zeitraum jetzt nicht, ich glaube eine Woche, dass man eine Woche lang zu Hause können bleiben sollte, ohne Essen kaufen zu müssen, ohne Trinken kaufen zu müssen, dass man sich einfach, ich glaube, es ist eine Woche, ich bin mir nicht sicher, also sieben Tage sollte man zu Hause überdauern können, ohne zu verhungern. Es würde ja sogar ohne Essen gehen. Ich weiß nicht, wie viele Tage man insgesamt ohne Essen auskommen kann, aber es ist auf jeden Fall mehr als sieben Tage, oder? Ich denke, das hängt ja dann aber auch von der Kondition ab oder wie man das bezeichnen möchte. Auf jeden Fall war mir das schon sehr lange wichtig, nicht nur, habe ich es halt einfach nicht früher angefangen, auch, das ist ja auch eine Sache des Geldes, sich sowas anzulegen, also auch mit dem Generator eben und dass man sich vielleicht auch einen Campingkocher holt und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen, die man irgendwann mal haben sollte, ja, die man haben sollte. Aber, und das ist ganz wichtig, das ist noch ein extra Punkt, was hältst du von den Hamsterkäufen und so weiter, da gehe ich jetzt direkt hin und gibt es das bei euch auch. Das sollte man natürlich jetzt nicht dann auf einmal alles machen, ne? Leute mit acht Millionen Rollen Klopapier sind wirklich bescheuert. Von Hamsterkäufen halte ich natürlich nichts, überhaupt nichts. Und Prepping funktioniert auch nicht wie ein Hamsterkauf. Kein Prepper geht einmal in den Laden und holt alles, was er braucht für zehn Jahre, sondern man macht das über eine ganz lange Zeit, Stück für Stück. Jetzt, wo dann praktisch so ein kleines Chaos einem bevorsteht, muss man halt so gut wie möglich damit umgehen. Das bedeutet aber nicht, dass man halt panikmäßig irgendwo hingeht und das ganze Desinfektionsmittel leer kauft oder Babynahrung oder sonst was. Denn man schadet damit nur anderen, ausschließlich. Man sollte sich selbst eindecken, also dass man das hat, was man braucht. Einen normalen Einkauf machen und vielleicht nochmal so ein Döschen mitnehmen oder ein, zwei Sachen halt extra mitnehmen. Aber nicht 30 Rollen Klopapier, beziehungsweise 30 Packungen Klopapier oder das gesamte Nudelvorkommen leer kaufen. Wenn, dann Stück für Stück. Also auch jetzt wird man nicht verhungern. Man kann ja nach wie vor einkaufen, ist ja alles gut. Aber hamstermäßig einkaufen, das zählt zur Panik, ist einfach bescheuert. Man macht auch Leute wild oder verrückt. Diese ganzen Toilettenpapiereinkäufe zum Beispiel können ja auch von vielen, die das selbst machen, nicht nachvollzogen werden. Wenn man die fragt, warum kaufen sie so viel Toilettenpapier? Sie waren auch gestern schon da und haben 800 Pakete geholt. Dann sagen die, ich weiß auch nicht, das machen alle so. Also wenn das die Begründung ist, weswegen man Toilettenpapier kauft, dann ist das wirklich höchst, höchst bescheuert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eines der größten Probleme sein wird, auf die man zusteuert, dass man kein Klopapier mehr hat. Wie gesagt, holt euch eure normale Menge und dann vielleicht ein paar Tage später fällt einem halt noch was ein, was man noch gebrauchen könnte und dann geht man halt los und holt sich das auch. Aber dann wirklich moderat und nicht wie so ein Wahnsinniger alles. Man muss eine Mitte finden. Es wurde auch noch gefragt, ob es das eben bei uns schon gab. Hamstermäßigäufe, natürlich, bei uns sind auch die, also ich habe zwar alles bekommen, was ich brauche, auch wenn ich Toilettenpapier kaufen wollen würde, könnte ich es kaufen. Aber man sieht, dass die Regale zu einem sehr großen Teil leergeräumt sind. Also es sind vielleicht noch 10% da. Es hängen auch schon überall Schilder, beziehungsweise Papier, bedrucktes Papier, auf dem halt steht, dass man nur eine Packung pro Mensch kaufen darf von manchen Dingen. Und das ist ja schon Wahnsinn, dass man das überhaupt da hinschreiben muss. Und du kannst wirklich jeden fragen, der das Zeug kauft, warum? Und dann sagt er, weil ich es im Internet gesehen habe, deswegen kaufe ich das auch. Ich meine, man kann es nicht essen, man wird es wahrscheinlich nicht großartig verkaufen können. Man kann es benutzen, aber ich denke, in der allergrößten Not könnte man dafür auch andere Dinge benutzen, um sich sauber zu machen. Und solange unser Wasser funktioniert, können wir auch Dinge einfach wieder waschen. Also in der allergrößten Not könnte man halt auch irgendwas anderes benutzen. Also das waren jetzt die beiden Punkte, hast du vorgesorgt? Ja, habe ich, aber halt über eine längere Zeit, über eine längere Zeit, also mindestens drei Jahre Stück für Stück angesammelt und eben was ich von den Hamsterkäufen und so weiter halte. Früher macht das nicht. Verhaltet euch wie normale Menschen und geht einkaufen und macht euren Kram ganz normal und legt möglicherweise ein oder zwei Konserven obendrauf, dass ihr eine kleine Rücklage habt. Und wenn ihr das dann ein paar Wochen lang macht oder ein paar Monate lang, dann habt ihr auch was. Ich denke, die meisten können mindestens eine Woche auskommen mit dem, was sie einfach im Haus haben. Da muss man halt auch mal was essen, was einem vielleicht nicht so gut schmeckt. Was soll's. So, was glaubst du, wie lange das Ganze dauern wird? Also damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also ich kenne Hochrechnungen und ich kenne die Sache auch aus dem Computerbereich, wie sich da ein Virus verbreitet und wie das ist, aber das kann man ja natürlich nicht genau so abbilden. Also ich denke, es wird schon mindestens noch ein halbes Jahr, aber eher ein ganzes Jahr dauern, bis sich die Wogen so langsam glätten. Vielleicht auch zwei. Ich denke, das ist leider so. Wir werden wirtschaftlich vor allem, denke ich, schon ein großes blaues Auge bekommen, aber solange es noch ein blaues Auge ist, ist ja alles gut. Für die Umwelt ist es natürlich super. Oder war zumindest kurzzeitig, als in China alles runtergefahren wurde. Mal gucken, ob sich das noch so, ob sich das insgesamt auf den ganzen Globus ausweitet. Also die Leute bleiben hoffentlich mehr zu Hause. Hört auf, den ganzen Scheiß zu verteilen. Und alleine dadurch wird ja schon sehr viel Feinstaub und sowas hin und her, die Rumlarum. Aber wie lange es, wie gesagt, dauern wird, also ich würde sagen, wir werden richtig aktiv damit noch mindestens ein halbes Jahr zu tun haben, aber wahrscheinlich eher ein Jahr. Und dann glätten sich, denke ich, irgendwann die Wogen. Vielleicht dauert es auch zwei Jahre und dann ist es rum. In dieser Frage, also bei ein paar, das habe ich jetzt da gar nicht reingenommen, stand auch die Frage mit dabei, wann ich glaube, wann wohl ein Wirkstoff beziehungsweise ein Gegenmittel, wann es eine Arznei dagegen gibt, ob ich das abschätzen kann. Also ich kann das eigentlich nicht abschätzen. Ich weiß, dass jetzt natürlich auf Hochton gearbeitet wird auf dem Gebiet, dass da auch zum Glück endlich mehr Geld reinfließt. Das ist eh Wahnsinn, dass wir in diese Sache so wenig Geld reinstecken und in andere Dinge, die wirklich für die Welt nicht so nötig sind, dann dafür richtig reinbuddern. Ich glaube, es werden schon auch erste Tests an Menschen gemacht. Bin mir aber auch nicht sicher, ob das Fake News sind. Keine Ahnung, ich will jetzt ja auch keine Fake News verbreiten. Es wird auf jeden Fall daran gearbeitet und ich denke, je nachdem, wie man das einsetzen möchte, weil es muss ja immer gegengetestet werden. Wenn du einen Wirkstoff hast, der sicher hilft, muss aber trotzdem erstmal komplett ausgetestet werden, ob er nicht irgendwelche Nebenwirkungen hat. Wenn du dann gesund wirst, beziehungsweise wenn du von dem Virus geheilt wirst, aber dir dann drei Finger abfallen, ist das schon blöd irgendwie. Also das will man verhindern und deswegen muss das ja auch erstmal sehr, 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 sehr lange getestet werden. Und vor allem, wenn es halt dann in Richtung, also es soll ja in Richtung Spritz, also Vaccine, Impfung, Alter, Wortschund. Und gerade da mit den ganzen Impfgegnern, die würden natürlich auch dann richtig hohl drehen. Wenn da was rauskommt, du spritzt den Leuten, die werden gesund, aber dann wächst ja noch ein Arm oder sowas. Das wäre drastisch. Es muss wirklich richtig ausgetestet werden und solche Studien dauern halt leider lange. Deswegen denke ich, dass ein Wirkstoff vielleicht so in einem halben Jahr da ist, vielleicht in einem ganzen Jahr. Also versteht mich nicht falsch, er kann davor schon da sein, aber halt nicht fertig getestet sein. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sich so zuspitzt, dass man sagt, ey, ist egal, spritz das den Leuten, das nimmt überhand. Alle müssen sofort, okay, fliegt mit Flugzeugen über die Städte und ich weiß auch nicht, verdampft die ein mit dem Gegenmittel. Das Blöde an der ganzen Sache ist, dass alles still steht und die ganzen Krankenhäuser so voll sind und dann die richtig intensiven Fälle kommen vielleicht nicht durch, weil es einfach schon voll ist und dann sterben Menschen einfach nur aufgrund dessen, weil kein Platz da ist und weil keine Menschen da sind, die sich um sie kümmern können. Und das ist ja die drastische Sache. Man hofft natürlich, und da können wir alle helfen, und das sollte auch der Schlusspunkt des Videos hier sein, man hofft, dass man das verhindern kann, dass es gar nicht so weit kommt, indem einfach alle, und das ist nämlich der letzte Punkt, was redest du uns, indem einfach alle runterfahren. Also das heißt, geht wirklich nicht raus, wenn ihr nicht müsst, geht einkaufen, wenn ihr müsst, und wenn ihr auf die Arbeit müsst, geht ihr zur Arbeit und das war's. Auch wenn es für den einen oder anderen schwierig ist, ich kann das verstehen, dass für Leute, die halt wirklich täglich, die gerne, richtig gerne so draußen sind und sich mit Leuten treffen, Party und so weiter, dass es für die sicherlich schwierig ist und von den Leuten, die jetzt arbeitstechnisch nicht wirklich voll drin hängen und vielleicht auch wirklich einen großen Verdienstausfall haben oder die Zukunft wackelig ist, also ganz zu schweigen, die sind natürlich, ich drücke euch die Daumen, dass das alles bei euch richtig gut wird, beziehungsweise so gut wie möglich eben sich entwickelt, dass man da einfach irgendwie rauskommt und die Sache weiterlaufen kann. Bleibt zu Hause, beruhigt euch, keine Panikeinkäufe, runterkommen, kauft ein, wenn ihr was braucht, trefft nicht irgendwelche Leute, geht nicht zu Freunden, geht nicht zu Verwandten, geht nicht zu den Nachbarn, geht einfach nicht aus dem Haus, wenn es nicht sein muss. Ich meine, wir haben noch keine Ausgangssperre, natürlich kann man spazieren gehen, ich war heute auch wieder draußen, also ich war heute auch draußen, ich bin fast täglich draußen, bin am Joggen oder so, also ich bin seit ein paar Wochen am Joggen, aber da ist ja niemand, also ich jogge halt für mich alleine, durch den Wald, ich nehme an, das ist dann nochmal was anderes. Am besten zu Hause bleiben, ich kann wirklich nicht nachvollziehen, wenn jetzt jemand sagt, ich muss unbedingt irgendwo hinfahren, eine sehr weite Strecke und meine beste Freundin treffen oder sowas. Nee. Also es gibt da richtig schöne visuelle Dinge, Darstellungen von Punkten, die sich hin und her bewegen und du siehst dann einfach, wenn die Punkte praktisch stehen bleiben würden, im besten Falle, dann können sie sich nicht mehr treffen und es kann nichts mehr weitergegeben werden. Keine Information kann weitergegeben werden, kein Virus kann weitergegeben werden. Die Punkte bleiben einfach alle stehen und der Virus stirbt mehr oder weniger aus. Wenn ihn niemand mehr hat, kann ihn auch niemand mehr übertragen. Ich weiß nicht, wie lange er auf offenen Flächen überlebt, ich glaube nur Stunden zum Glück. Und ja, das ist das Ziel der ganzen Geschichte, dass es einfach eingedämmt wird, dass es sich nicht so extrem ausweitet. Im Moment steht es, glaube ich, bei 8.000 oder 9.000 Infizierten, so plus minus. Ich weiß nicht, wie viele davon jetzt schon auch einfach wieder über den Berg sind, sicherlich auch einige Tausend, nehme ich jetzt an, keine offizielle Zahl, nehme ich jetzt an, dass da einige Tausend auch mittlerweile wieder gesund sind oder genesen sind. Also alles in allem, einfach cool bleiben. Schön, chillig, zu Hause, guckt nicht die ganze Zeit vielleicht in die Nachrichten rein. Also ich weiß, dass ich kenne einige Leute, die extrem beeinflussbar sind und die sind gut gelaunt und dann hockt man sie einfach nur an eine negative Information und dann sind sie schlecht gelaunt. Wenn ihr so jemand seid, guckt halt einfach nicht rein. Also ihr müsst natürlich euch schon informieren, ob jetzt vielleicht sogar eine Ausgangssperre oder sowas, aber sowas kriegt man meistens auch mit. Man ist ja dann doch über das Handy verbunden mit den Leuten und das ist eine gute Möglichkeit. So könnt ihr nämlich die beste Freundin in Köln treffen, also virtuell, einfach mal anschreiben, hey, wie geht's und sowas. Vielleicht mal eine E-Mail schreiben mit Bildern im Anhang oder zockt einfach gemeinsam. Es zockt doch mittlerweile eh jeder, oder? Zockt, wenn es sein muss, auf dem Handy irgendwas zusammen. Hockt euch ins Teamspeak. Seid gesellig im Teamspeak. Es gibt auch diese Discos, in denen keine Musik laut läuft, sondern alle mit Ohrstöpseln oder mit Kopfhörern am Party machen sind. Mit verschiedenen Farben sogar, weil verschiedene Lieder auf den Dingern laufen. Dann ziehst du dir einfach Farbe Blau an und dannst du mit deinen Leuten, die auch Farbe Blau an haben, zum gleichen Lied. Und sowas könnte man ja in sehr abgespeckter Form, ich weiß, gerade für Leute, die gerne andere anfassen, ist es halt jetzt ein bisschen blöd, aber ihr könnt ja auch ein Teamspeak-Party machen. Oder auch im Discord-Server oder sonst wo. Gut, das waren soweit alle Fragen, die jetzt an mich gestellt wurden. Ihr könnt natürlich, falls ihr jetzt noch Fragen habt, also an mich jetzt speziell, ich bin kein, ihr wisst das, es hört sich so an, als wenn ich irgendwie Forscher wäre und jetzt irgendwelche Fragen beantworte. Falls ihr irgendwas wissen wollt, jetzt aus meiner Sicht gesehen, oder irgendwelche Informationen von mir zu dieser Sache, dann könnt ihr das natürlich fragen. Ich sage hier auch nochmal am Ende, alle Zahlen, die ich genannt habe, sind auch nur Sachen, die ich mitbekommen habe. Aber ich habe mich, ich bin mit keinem Forscher irgendwie im Nachrichtenkontakt und weiß irgendwas, was andere nicht wissen. Also einfach nur aus, wenn ich was gucke oder die Infos, die ich habe, die sind meistens aus dem ersten und zweiten Programm. Ja, was die WHO so sagt und so weiter. Wir sehen uns dann morgen wieder live. Da kann man natürlich auch nochmal fragen oder das Thema irgendwie ansprechen, wobei ich auch finde, dass es, also für mich auf jeden Fall, bei diesem Video jetzt bleibt, weil ich jetzt halt auch irgendwie, es trägt zur Panik oder kann zur Panikmache ja beitragen. Je mehr Informationen es darüber gibt, desto mehr bedient man die Leute, die so danach greifen und sich gerne verrückt machen. Ich hoffe, ich konnte das Video jetzt auch so gemütlich wie möglich halten. Es kommt hoffentlich rüber, dass ich da jetzt nicht auf irgendwelche Sensationsgeilheit oder sowas aus bin, sondern dass das hier wirklich interne Dinge sind, die mich, die an mich gestellt wurden, Fragen, die an mich gestellt wurden. Okay? Dann haut mal rein. Viel Spaß in der Quarantäne. Gute Besserung an alle und kommt gut rum. Wir sehen uns dann, wie gesagt, morgen. Bis zum nächsten Mal.